Ich habe einiges von der Welt gesehen in den letzten Jahren, aber das hier ist einfach immer wieder etwas ganz Besonderes. Weil es die Heimat ist. Deswegen ist Stefan auch zurück nach Küblach. Und du? Ich wollte eigentlich in Kanada bleiben, aber zu Hause ist da, die Familie ist, die Spielkameraden aus der Kindheit. Und Marianne. Also leicht hat sie es mir nicht gemacht, ihr Herz zu erobern. Gute Frauen machen es einem nie leicht. Warst du eigentlich jemals verheiratet? Wie denn? Ich war immer mit meiner Arbeit verheiratet. Bleibst du ein bisschen bei uns oder ziehst du wieder raus in die Welt? Ich weiß es nicht, Wolfgang. Im Moment lebe ich von Tag zu Tag. Ich wollte einfach meine alten Freunde aus Küblach wiedersehen. Dass du auch hier bist, wusste ich nicht, aber es freut mich umso mehr. Alles andere wird sich finden. Das klingt, als hättest du nur noch zwei, drei Wochen zu leben, du alter Spinner. Das könnte dir so passen.